Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von diesem Sphere mit der Familie in deinem Schilder. Und Saja, wenn du auf Toilette musst, dann geh bitte auf die Toilette. Und dann kannst du hier das auch nochmal so ein bisschen blitzblank machen. Und dann hier auch nochmal blitzblank. Ich hoffe, das kriegst du hin. Na ja, mach erstmal das Ding. Ja, genau. Heute ist Halloween. Und ich würde sagen, wir verschließen die Startleife mit einer Versammlung. Ich habe jetzt mal das Gruppenoutfit auf Atret gemacht. Einfach nur so, damit wir ein bisschen verkleidet sind. Klar, es ist jetzt nicht gerade so eine klassische Halloween-Verkleidung. Aber ich denke mir besser... Das ist deine Definition von Atret? Ja gut, dann wird es vielleicht auch noch Halloween. Dann lauf halt so rum. Ist mir sowas von egal. Aber ihr könntet trotzdem sehr, sehr gerne die Pfannkuchen essen. Mausi, du isst dein Pfannkuchen. Das ist sehr löblich. Und LJ, du isst bitte auch dein Pfannkuchen. Ja gut, also ich denke, ein Halloween-Outfit ist das trotzdem. Das ist ja echt gruselig. So, jetzt kommen ja auch die ersten Gäste. Wer bist du? Also das sind ja alles sonst von mir entgegen. Da habe ich ja entdecke trotzdem Madison Blau. Zu wen gehörst du denn, Madison? Ich habe keine Ahnung, zu welchen diese Sims alle gehören. Ich finde es echt krass, wenn man bedenkt, dass die irgendwie mehr oder weniger alle von Lara abstammen und auf jeden Fall ein Großteil mit den Sims, die wir damals gestartet haben. Ich finde das schon cool. Weil ein Großteil vielleicht bis auf die Ehepartner haben auf jeden Fall ihre schon so ein bestimmtes Gehen von ihr und natürlich auch von Jay. Finde ich schon krass. Und unseren kleinen Noah geht es wie immer super. Der kann heute ganz viel mit fremden Menschen und fremden Anführungsstrichen. Zaya, du musst dich noch umziehen. Du musst dir noch was Schickes anziehen. Du bist noch nicht in diesem wunderschönen Outfit, wie zum Beispiel Elche. Es ist auch so schön mit Pumpkin. Sophie ist auch da. Also ich weiß ja nicht, was die Sims unter Tritt verstehen. Aber naja, gut, okay. Vielleicht hätte ich aufgestylt nehmen sollen. Das ist Lindsay. Ja, es sind doch einige Sims dabei. Und ich hoffe, Zaya... Zaya, wieso kriegst du das denn nicht hin? Es ist doch nicht so schwer. Ah, okay. Ist das irgendwie ein neuer Trend, den ich nicht mitbekommen hab? Ach, eigentlich sollst du das auch zaubern, damit du so ein bisschen Magie übst. Mausi. Äh, nee, nicht Inferno, Magie, Blitzeplank. Und das hier auch Blitzeplank. Aber das scheint bei ihr ganz gut zu funktionieren. Ich hab da mal so ein bisschen ein kleines Arbor drauf. Weil ich möchte natürlich, dass sie eine gute Magie üren wird. Gut, viel Spaß auf der Party mit einem wunderschönen Kostüm. Ich habe draußen, ich find's sehr schade, dass Noah noch in Kleinkändern, weil er kann sie leider nicht benutzen, so eine Körperschnitzmaschine platziert. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen mit Elja in Körperschnitzen. Und zwar machen wir mal eine Katze. Und zwar eine weiße Katze. Wow, ihr seid mittlerweile auch alle Senioren. Es ist so krass. Vor allem der Gedanke, dass Sophie auch nicht mehr lange lebt. Also Sophie war der erste Sim unserer dritten Generation. Es tut mir leid, ich bin so oft. Aber ich liebe diesen Stammbaum. Ja, Sophie war ja auch, der ist riesig. Sophie war ja der erste Sim unserer dritten Generation. Und sie ist ja die Tochter von Finn, die erste Tochter von Finn. Das war ja damals eine Tiernetterschwangerschaft mit, ähm... Ich sehe Annette, nicht... Annette war das, oder? Oh Gott, wie hieß denn die Mutter? Ich weiß nicht, aber es ist blöd, dass ich sie nicht mehr im Stammbaum sehe. Sehr, sehr schade. Aber... Ja. So war das damals. Ihn sehen wir auch nicht mehr, wirklich? Warum das denn? Das ist ja blöd, dass wir jetzt voll viele Sim's nicht mehr sehen. Dann sehen wir jetzt alle Partner nicht mehr. Doch sie auch. Aber die haben wir auch mehr oder weniger aktiv gespielt. Und dann hätten wir noch Eric. Ja, Kim sehen wir... Doch, Kim sehen wir sogar noch. Obwohl ihr Grab kaputt ist. Das muss sich ja leider zerstören. Unfreiwillig, aber... Das ist eine andere Geschichte. Level 3 der Kommunikation erreicht. Sehr schön, Noah. Ich finde es super, wie du hier mit den Leuten redest. Guck mal hier, du kannst sie mal ihr vorstellen. Oder mit ihr ein bisschen reden. Mit Lindsay, mit deiner Cousine. Das ist ja die Tochter von... Cleo, so. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin. Oder? Doch, Lindsay ist deine Cousine, oder? Michte. Hä? Wieso denn die... Oh, ich bin auf Elche. Das erklärt alles. Aber ja, dann ist es die Cousine. Aber er kann sie irgendwie nicht so anreden, wenn sie nicht so miteinander in ein Gespräch kommen. Aber hey. Ah, du hast dich umgezogen, Mausi. Ja, auch ein interessantes Ort für dich. Ist das Cleo? Das ist Cleo. Okay, Leute. Wir haben, glaube ich, doch eine ganz gute Halloween-Party-Dings erwischt. Das sind vielleicht wie so klassisch Masken. Aber es ist krass, wie anders die Sims zum Teil aussehen. Wir können auf jeden Fall unsere Schwester mal begrüßen. Noah, kannst du mit deiner Tante reden? Nee, kann er nicht. Er wird gerade geschicklich Fähigkeiten erreicht. Caroline, du könntest eigentlich auch mal deine Tochter begrüßen. Wo leist du hin? Oh, hier sind so viele Sims. Das ist so krass. Ich liebe meine Sims-Mäle. So, liebe von Umraum, knuddeln wir mal alle ein bisschen durch hier. Und Noah plaudert in der Zeit. Ach, mit ihr kannst du reden? Aber wieso kannst du denn nicht mit einem Kind reden? Zaya, du musst dir was reparieren. Du bist jetzt meine kleine Fee, die alles ganz und sauber macht. Du hast dich jetzt auch umgezogen. Okay, ihr habt alle sehr interessante Outfits an. Danke. Du hast dich jetzt auch umgezogen. Du hast mich mit einem Kind. Du hast dich mit einem Kind. Danke. Ach, Zaya, deine Marquise ist echt super. Die macht so viele Sachen so viel einfacher. Wie sie einfach weggeht, während er mit ihr redet. Komm, dann red mit deiner Mama über LKWs. Ich wollte mal gucken, wegen seinen Fähigkeiten in der eine Balken. Da ist er mich irgendwie wieder schon ein bisschen verpackt. Das müsste ja Kommunikation sein. Was auch mal da, als er da nichts hinhaut. Aber ansonsten, wie viele Tage hast du jetzt eigentlich noch, Mausi? Noch vier Stück, dann wirst du schon zum Kind. Ach, Hemeli. Ja, dann können wir noch ein bisschen was unternehmen. Du kannst ja mal ein bisschen tanzen vielleicht. Aber wie Susie möchte sich auch, könnte ich eigentlich verkleiden während Halloween? Geht das? Als was können sich Kleinkinder verkleiden? Und sieht das, wenn ich auf meine Sims drücke? Ich will, dass du ein Monster bist. Nein. Ah, das ist einfach dieses Outfit? Okay. Wie sieht ein, das da? Oh, ist das süß. Ich will ein Foto davon. Oh, ist das niedlich. Oh, bist du süß. Aha. Okay. Gut. Du bist, oh Gott, du bist, du bist so süß. Aha. Er ist echt, er ist echt wahnsinnig niedlich. Okay, Mausi, jetzt kannst du dich verkleiden. Hm. Nee, nee, nee. Du, 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 du. Könnt ihr nicht auch Kostüme tragen? Er müsste da auf jeden Fall auch... Ach nee, ich bin wieder auf dem Falsch. Wieso passiert mir das ständig? Kostüm tragen. Okay. Mausi, du wirst... Ähm... Schorke. Du wirst... Kostüm tragen. Du wirst eine Cheerleaderin. Und Zaya verkleidet sich, wenn sie aus der Dusche raus ist. Aber wie süß ist er denn bitte? Das ist ein Cheerleader-Outfit, wirst du sicher sein, äh, LJ. Hast du dich schon umgezogen? Ist das ein Schock? Dein Ernst? Das soll ein Schock sein. Okay, warte, 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 das ist ja möglich. Ähm, Outfits. So, nein, ähm, Kostüm tragen wollte ich machen, aber ich bin schon ganz verwirrt wieder. Und zwar wirst du... Ein Dienstmädchen. Du machst ja... Das ist doch kein Dienstmädchen-Kostüm. Das kannst du mir nicht erzählen. Das ist hässlich. Du verkleidest dich nochmal. Das nehme ich nicht hin. Und dann... Liegt es da, weil ich ein Kostüm festgelegt habe. Wartet mal, das haben wir gleich. Ähm... Reparaturro. Hm, dazu muss ich auf LJ. Und zwar folgendes. Das ist hier. Dann ändern wir... Ich weiß nicht, ob ich das während der... Keine. So. Könnt ihr euch jetzt ordentlich verkleiden? Jetzt abgesehen von dem Kleinen, der echt süß ist. Was passiert denn da? Äh, 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 äh. Alles okay. Was ist passi... Äh, äh... Was war das? Alles okay bei dir? Du warst überladen? Ist das dein Ernst? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, dann gehst du jetzt mal in der Dusche singen. Äh, das tut mir leid. Das habe ich verpennt. Ich habe nicht mitbekommen, dass du überladen wirst. Gott, sie hätte gerade tot sein können. Das wäre auch noch was gewesen. Ah, das hätte ich jetzt echt nicht gebrauchen können. Okay, machen Sie, du trägst erst. Du wirst jetzt ein neues... Neues... Ähm... Schurke. Okay, damit kann ich mehr leben. Weißt du, das sieht okay aus. Okay, Mausi, du verkleidest dich bitte auch nochmal. Oh, es ist einfach so süß. Und zwar als Dienstmädchen. Damit kann ich zum Beispiel auch leben. Das sieht okay aus. Und LJ. Du hast dich jetzt als Schierliederin verkleidet. Okay, das ist ein Schierlieder-Auto. Damit komme ich hin. Gut, ich muss aufpassen, dass sich Madame nicht so krass überlehrt. Ich weiß nämlich nicht, ob sie sonst daran sterben können. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das wäre aber ziemlich blöd. Der Kleine ist einfach so bezaubert. Spiele 5 Stunden des Sims 4, das ist eine Lüge. Ich habe dieses Spiel schon so viel länger gespielt. Ich muss die Sims dringend umstilen. Was hieß das? Ich meine, sorry. Diese Kette zu diesem Ohrring, das sieht komisch aus. Wieso guckst du den kleinen Sargkrisen an? Der hat dir nichts getan. Der ist einfach nur süß. Oh mein Gott, wie kann ein Kleinkind bitte nur so verdammt niedlich sein? Er ist einfach so süß. Oh, Stan. Nicht Stanley. Brian. Oh mein Gott. Aber so ähnlich sah Stanley auch aus als der Mann von Alice. Der Schwester von Caroline halt. Weißt du, du solltest jetzt wirklich mal ein bisschen mehr mit deinem Bruder hier interagieren. Der jetzt wieder abhaut. Warum hast du abstellen? Ich wollte gerade mit ihr interagieren. Oh, Alice ist da. Wenn man von Teilen spricht und du bist schwanger. Du bist Valerie. Marie, du bist irgendein Sim. Warte doch, sie ist schwanger. Sie hat gerade ein Baby gedacht und ich glaube, sie hätte so ein leichtes... Boah, bist du schwanger? Sie ist schwanger. Mit einem Mädchen im ersten Schwangerschaftsritte. Seht ihr? Sag ich doch. Oh, wir haben Körpers geschützt. Ach stimmt, unser Promi in der Familie. Unsere liebe Alice. Wir begrüßen unsere Schwester. Und hier oben sieht schon wieder so krass chaotisch aus. Ich frage mich, was das im neuen Haus werden soll. Ich meine, bis jetzt hält Caroline ja so ein bisschen dieses Chaos. noch mit in Ordnung. Aber Algea ist ja eine komplette Chaotin. Und im Endeffekt muss dann Sahaja wahrscheinlich alleine im großen Haus so ein bisschen für Ordnung sorgen. Aber ich denke, mit ihrer Magie sollte das sogar noch funktionieren. Oh Gott. Du bist einfach so unglaublich süß. Was war das so? Ich kann ja mal ein bisschen Konfetti schmeißen. Ich finde Alice sieht nach dem Umstyling so schön aus, was ich gemacht habe. Ich finde, das steht hier richtig gut. Die Haare. Das passt auch sehr gut. Die Kamera zentiert. Jetzt kommt Algea noch dazu. Aber Algea redet mit ihr. Wer bist du eigentlich? Du bist Valerie. Oh Gott. Wie gehörst du zu Familie? Du bist die Tochter von Benjamin, richtig? Warte, das muss ich nachgucken. Du bist die Tochter von Benjamin, sage ich doch hier. Das ist der dritte älteste Sohn von... Oder das dritte älteste Kind von Caroline. Nee, vierte. Lüge. Der Adoptivsohn. Genau. Also, der vierte älteste Sohn. Er kam als letztes dazu. Und zuerst kam sie. Dann kam Cleo. Dann kam Brian. Und dann kam Mia. Das war ja auch eine Teenager-Schwangerschaft. Also, seine Frau Annette, mit der er jetzt verheiratet ist, hat Valentina ja bekommen, wo sie ein Teenager war. Die muss ich auch noch aufsteigen. Ich meine, ich finde, sie hat so... Jetzt seid ihr gerade echt im Bild. Ich finde, sie hat ein richtig herprüsgesicht. Andersort finde ich sie da einfach ein bisschen seltsam aus. Und die Haare... Könnten eigentlich echt auch offen sein. Mal gucken, welche ist ja das für die Familie, die ich als nächstes umstylen werde. Mal schauen. Und da ist Clay. Der hatte irgendwas mit Leas Seize zu tun. Ich weiß, ich verwirre, ich wahrscheinlich übel ist, wenn ihr die in den ganzen anderen Staffeln vorher nicht gesehen habt. Aber, ja. Wie gesagt, die Familie geht ja schon eine ganze Weile. Und sie ist mittlerweile riesig groß. Und einfach wundervoll. Und... Gut. Ich würde mich jetzt an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich schaue mal kurz auf den Kalender. Ja, gut. Wir haben noch eine ganze Freude bis Mittwoch. Ich werde auf jeden Fall zwischendurch dann noch eine, zwei Folgen machen. Und dann werden wir dann demnächst auch den Geburtstag von den kleinen Prime feiern. Das hat aber noch ein bisschen Zeit. Ich muss mal kurz schauen. Oh, Caroline. Ich hoffe wirklich, Caroline bleibt uns noch eine Weile. Halten wir euch mal Caroline so unglaublich gerne. Und ich finde nicht, dass sie stirbt. Ja, aber man möchte, glaube ich, dass keiner seiner so stirbt. Aber, ja. Ich hoffe, ich habe sie noch eine ganze Weile. Aber ich habe es schon angekündigt. Sobald Caroline verstorben ist, werden wir mit LJ, mit Zaya und mit dem kleinen Noah und Pumpkin, wenn er noch leben sollte, ich weiß nicht, wie lange Pumpkin noch leben wird, in das Haus ziehen. Und, ja. Ich wünsche euch jetzt erst noch einen wunderschönen Tag. Und, wieso ist hier so eine hässliche Fliege? Es ist einfach nur ekelhaft. Na, egal. Ähm, ja. Noch einen wunderschönen Tag euch und dann. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.